Jil-Jil zu Versteckern Jil-Jil zu Versteckern Die Überpreise stecken Zack Ich komm mich nachher nochmal hin und hol's mir Wap, wap, wap Wir werden da hoch, Faser Hey, noch getappt Das ist so das geile an der Waffe, dass sie so viel Munition hat, das ist so ein großes Magazin. Ja und sie macht gut Schaden halt. Cool, das kann man hier machen. ich kann den Mann rein schieben. Eiiiiiiiii! Alle gleich die Waffe raus! Oh man, da kriegt man Ohrenschmerzen. Ich weiss schon wie die nächste Folge heisst. Eieieiei! Eieieiei! Fahrt 2! Fahrt 3! Da mach ich nicht mehr weg, da mach ich nicht mehr schade! Auch nicht mehr schade mach! Eieiei! Malabend! Hahaha! Das ist so gut! es war nicht so schwierig also ich hasse uns selber schon dafür ja das muss mir gehen ja das muss mir gehen ja 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 bin ja 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 Knarne. Nee, glaub nicht. Noch mal? Ja. Glaub erst später. Ah, ich scheiß jetzt auf die, ganz ehrlich. Ich bin dabei. So richtig, so richtig mit ... und ... So richtig mit Stückchen und so. Ja, so richtig BAM. So richtig ... mit Stückchen. So crunchy. Ja, Mann. Ich will jetzt erst mal, äh, Mac, äh, keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Mac Nelly. Mac Nelly. Ja, Mac. Ich komm da nicht hoch. Ja, nicht. Da kommt man auch nicht hoch. Jetzt müssen wir rumlaufen. Voll die Verarsche. Yeah. Wollen wir nicht mal drei Meter hohe Felswände hochkommen? Aber 100 Meter Berge von der Springen können, gell? Ja. Richtig. Damit sie ewig wieder hinter uns werden, ne? Und ... Ich höre auch irgendwann auf hinterher zu laufen. Ich hole einmal meine Waffe raus und dann hört sie auf uns zu jagen. Dann muss der, wir hören sie doch das! Genau. So, ich muss erst mal irgendwas verkaufen. Wie geht's mir auch? Sag, 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 sag. Zack, sag, 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 sag. Zack. Hala, ich hab über 100.000 jetzt. Ich bin ja voll rich. Rich rich rich? Ja, wahrscheinlich noch mehr. Ich hab nur 18.000. Ach, 18? 18, ja. Hä, wieso schon so wenig? Keine Ahnung, viele Automaten gezockt. Alter, ich hab 100.000, was meinst, wie viel ich da am Automaten zockelen kann. Das Martin hat bestimmt schon Millionen, so wie ich ihn einschätze. Nee, ich hab 87.000. Okay, aber der hätte aber auch viel am Automaten gezockt. Und haben wir's geschafft hier. Alter, da gibt's Granate bei der einen Mission. Richtig gut. Die ist gut, die nehm ich mit. Ich glaub, ich nehm die Säure. Und dann haben wir noch einmal... Ich nehm die, die ihr mehr wertet. Du hast meine Bank ausgeraubt, meine Stadt zusammengearbeitet, ungeladen zu zerstört. Oh, jetzt müssen wir doch da hoch. Main Street, Pistolen, 12 Uhr mittags. Ich hab keine Pistole mehr. Ich hab nur noch eine Ai-Ai-Ai-Kanone. Ai-Ai-Ai-Kanone, Ai-Ai-Ai-Ai. Ich hab auch keine Pistole. Ich hab noch ne Pistole. Egal. Dann gibt's halt Ai-Ai-Ai-Ai auf... Da steht aber nicht, dass wir eine Pistole brauchen. Jooo, vielleicht krieg er mal ja gezinkte Pistole. Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai-Ai. Auch mit den Atemgeräuschen Das ist ähnlich Die machen wir selber Und danach machen wir selber Auf zum Showdown Alter, als wäre ich fast da runtergekommen Hi Noon Da ist was Der Tudi Würde den Scherz Und er schießen Nicht, nicht den Der Beauty Leck mich, Alter An mir dürfe ihn nicht er schießen, glaube ich Ah, das ist optional, okay Scheiß drauf Da oben ist sie Mal hoch, wenn ich sie sehe Oh Alter, die hat ja eh viel Hilfe Ich kann mal snipen Und dann landen wir mal eine Bar Alter 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 Mit dem Indianenangriff hätte ich halt auch nicht gerechnet, ey Ich seh schon wie so Jack Ich werde noch Ich will sie jetzt, ich will sie hochheben Ja Ja, die Deputy greife gar nicht an, gell Die Marschlist Ja Alter, ohne Witz, gell Also wie gesagt Ich hab eine Pistole, gell Ja, ist ja egal Die Bonus bringt ja nichts, oder? Ja, ist ja egal Die Bonus bringt ja nichts, oder? Jeeey Jeeey Macht mich irgendwie wild Macht mich irgendwie wild Und jetzt, äh Kack schon mal wieder älter in den Aua Au, au du Ja Arnold fängt wieder Stress an Nein, ich... Alter Ja Mann, Arnold, äh Eher gar nicht Ist auch mäfrig Dankeschön Moment Warten Sie das weiter Die Alperian Corporation braucht deine Hilfe Um nach den verlorenen Alien-Kammern von Pandora zu suchen Ja, komm mal, verschwindet man von hier, oder? Ich will da aber hoch und das grüne Ding aufnehmen Können wir aufeinander hobsen? Ja, ich kann's mal probieren Ja, ich kann's mal probieren Wir hatte noch heute Ein Kammerjäger Äh, da bewegt sich aber so komisch Wissen wir, noch alles gesucht wird? Nein, sorry, Chef Ich denke, ich gerade an der Anzahl Guck mal darüber nicht Auf die Kaktus springen Oh, Martin, sehr schön Ich hab's eingesammelt Boah Ich komm nicht hoch, man kommt nicht hoch Ich hab's aber eingekwammelt Warte, ich werde so gesehen Mann, ey Scheiß Kaktus kann man da drauf springen Ja, wirf mal in, was kann das Warte, was war's jetzt? Ach, hinter hat's ja auch irgendwas geworfen Aber irgendwie Kriegt man das auch nicht Okay, kann ja nicht Ah, shit, echt, da kommt man echt nicht hoch Uah Neh, du kommst nicht rein Egal Tja Wir können mal zurück 迭P dudududududududududududududududududududud Adjajajajjaj Ein External Ehh Sahneee SHANK o Democracy Damasch so jetzt aber waffentausch jetzt nicht nur die kämpfe lässt mich in ruhe du Affenführst ich kann auch nichts dafür dass sie planlos ohne ihre geile Schere für den rumrennen ich habe vielleicht noch ein Talent entdeckt er ist ein Kommando er wurde von Banditen gefangen genommen sie foltern ihn es geht um dich Madden ja du bist nicht ihr Typ sie bevorzugt Männer mit mehr Gehirnzellen als Zähnen sag mir wo sie ist ich werde sie besuchen das glaube ich nicht sie ist aufs Thames mit dem Rest des Bataillons du hast eine Süße die zuhause auf dich wartet was zur Hölle machst du auf Pandora Kumpel die freundlichen Bewohner Kinder so dann wissen wir das jetzt auch klicken wir mal hier Shotgun schade plan belastet dich dein vieles Geld lass es nicht zu sehr krachen so gehen wir zurück nach Sanctuary da wo habe ich verhindert die Reise Entschuldigung Mann hä das sind 5 Sekunden die wir jetzt verspielt haben wegen dir Waffeentausch 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 jetzt kann ich erstmal der Eli erzähle was du angestellt hast ich hab ne Waffe getauscht dass du ihr fremd gehst aber nur mit euch ne mit der Sheriff Arnold aber ist ja Lüg ist ja Lüg ist ja Lüg so was wollten wir jetzt hier nochmal ich hab so viel Questick raus und das bringt uns gar nix da gibt es aber noch Anpassungen die müssen wir verschmarrn egal wir machen sowieso jetzt erstmal eine Aufnahme Ja genau ich muss dich erstmal wiederholen von dieser So, machen wir das. Und deswegen zeige ich einfach mal... Waffen-Tausch. Tschüssikowski! Ciao!